Auf was freut sie sich am meisten? Auf das Haus zu schlafen. Wissen Sie recht, wer in mein Büro kommt? Ich glaube, es wird ein Server-Rome. Alles Gute zur Pensionierin! Wow! Eine Kreuzfahrt! Das ist super! Guten Morgen! Alles. Aber jetzt machen wir 50-50 im Haushalt. Könnte ich eine Putzfrau anstellen? Jetzt musst du mithelfen. Sag mal, Hensh, komm doch mit auf unsere Kreuzfahrt. Ich habe gerade mal geschafft. Auf dieser Reise hätten wir uns wieder ein bisschen näher kommen. Das ist ein bisschen schlecht. Wir sind doch die ganze Zeit nahe. Peter? Du redest schon mehr mit Heinz als mit mir. Bleibst du noch? Ich bin erst 65, ich bin noch nicht 90. Gute Nacht. Du kriegst mich nicht mehr sexy. Andere paar Schmuse reden nach 40 Jahren sicher auch nicht mehr so viel. Du willst alles? Du willst das? Wir müssen das Schiff aufgerufen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Nein. Ich bin weiter vertreten. Du weißt, Herr Sohle. Ich bin noch nicht mehr von ihm. Ich will noch nicht mehr von ihm. Wir sind 42 Jahre verhörertet. Das kriegst du doch jetzt nicht einfach auf. Was machen wir jetzt? Und überhaupt, seit ich pensioniert sind, sind die irgendwie so gaga? Jetzt reisset euch einfach zusammen!